Im Museum darf man nicht laut reden. Pssst! Nicht rennen. Und nichts anfassen. Und am besten nichts fragen. Alles ist verboten. Das ist doch alles gut! Vergesst es, Langeweile war gestern. Wir haben für euch ein Action-Bound erstellt. Das ist eine digitale Schnittstilja. Es gibt spannende Rätsel. Und coole Videos. Es gibt viel Interessantes zu entdecken. Wieso brauchte man früher eigentlich keinen Supermarkt? Und wie wurde das Essen eigentlich zubereitet und gelagert? Und das ganz ohne Mikrowelle und Kühlschrank? All die Antworten findet ihr im Schwelmer Dorfmuseum. Genauso wie zahlreiche Alltagsgegenstände, die eine interessante Geschichte erzählen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie das mit dem Bound funktioniert. Einfach die kostenlose App runterladen. Die App öffnen, bauen finden, auswählen. Und bei der Suche Dorfmuseum Holzburg eingehen. Jetzt nur noch unseren Action-Bahn starten und Spaß haben! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020